So, Tankstelle ist noch geschlossen. Ähm, ich denke, wir werden Alter, jetzt noch den restlichen Müll hier. Wer lacht hier? Ich höre irgendwelche Stimmen. Und nicht hier in meinem Kopf. Oh, Big Joe ist hier. Soll ich dir jetzt auch was helfen hier? Ich guck mal, ob der alles richtig macht hier. Der Big Joe. Guten Morgen. Guten Abend. Nimm die Matratze auch mit, Junge. Nimm sie mit. Komm. Hey, Junge. Du hast die Matratze vergessen. Hey. Hey. Oh, Mann, ey. Ja. Oh, nicht mehr das kriege ich hin. Junge. Oh, Mann, ey. Und was ist das? Chips-Tüte kann ich jetzt noch rumtragen. Was ist das? Was ist das? Komm, die schmeiße ich da perfekt rein. Ich sag's euch. Keine Ahnung, wo der hin ist. So, dann haben wir das jetzt auch Farbe. Diese Schlüssel. Das könnt ihr hier anbauen. Das ist besser. So, dann streichen wir wieder in... Mit Grün. Ohne zu verspritzen. Mist. Das war fies von... Nein. Ja, das geht dann auf einmal. Ich muss am Anfang im roten Bereich sein. Okay, hier habe ich heute keine Spitzerei gemacht. Sehr schön. Tankstelle ist geschlossen. So, dann haben wir die Wand da. Dann kann ich die Getränke... Regale da aufstellen. Da ist schon mal mehr Platz. Und dann muss ich mal ins Lager schauen. Wie wir das im Lager handhaben. Sehr schön. Snacks. So, ich muss... Erstmal so... Und den hier... An die Wand... So, guck mal her, guck mal. Platziert. Drinks. Und ich würde sagen... Den erstmal hier hin. Und vielleicht... Die Snacks. Oder dann habe ich alles im Blick. Wie die das... Hier aufmachen und so. Raus nehmen. Alter. Warum kann ich den nicht pressieren? Bauen. Jeder Millimeter muss hier ausgenutzt werden. Okay. Snacks. Und dann kommen wieder die... Doings. Und dann kommen wieder die... Gut. Und die Uhr kommt dann mal. Tun wir die wieder da hin, oder? Nee, das schaut nicht gut aus. Ach komm, hier neben dem Fenster ist noch Platz. Da... Da... Lampen. Lampen. Wie war das mit Müllsack? So. Mal ein bisschen Reine machen hier. Flecken haben wir keine. Gut. Äh... Die Wand wollte ich noch streichen. Hier in weiß. Ich hoffe, das ist weiß. Ich lasse jetzt mal drauf ankommen. Okay. Okay. Und da ist wieder dieser komische Geist. So ein paar Wände hier. So, dann sieht das nämlich schön ordentlich aus. Da weiter. Hier oben noch. Ist das jetzt gestrichen worden, oder eher nicht? Es sah jetzt nicht so aus. Liegt wahrscheinlich am Licht. So, hier. Oh, fuck. Oh, Mann, ey. Ich bin total unkonzentriert. Was ist los? Streichen. Streichen. So, gleich haben wir es, Leute. Oh, dieser Geist. Wie kriege ich denn den weg? So, jetzt sind wir einmal drumherum gegangen. Jetzt weiß ich, wer da gelacht hat. Dieser komische Junge war wieder hier. Geisterstunde. Hört ihr den? Alter. Was soll denn das darstellen? Eine Ente. So. Noch irgendwelche Beschmierungen hier. Bei weiß sieht man das. Ich hätte den schwarz streichen müssen. So. Jetzt noch ein bisschen vegan. Was hat er denn? Oder der Typ. Weg. Weg. Ich brauch keiner. Hab ich den Schlüssel jetzt genommen? Ich glaube. Ja. Ich habe den Schlüssel genommen. Hä? Der hat sich doch gerade bewegt, ey. Lol, jetzt ist das Ding hier weg. So. Unterlagerraum. Ah, okay. Halte sie geschlossen, sonst kannst du bestohlen werden. Aber ich habe eh nichts drin. Dann geht es wieder zu, okay. Alter. Privatband. Wo ist das? Was ist das hier? Alter. Entferne die Heuhaufen, um das Lager wieder betriebsbereit zu machen. Setze alle Mittelreinigung. Und das Lager auch so wieder herzustellen. Oh, also richtig sauer machen hier wieder. Wie unseren Mr. Teddy. Komm her. Teddy. Weg. Dann machen wir das Lager mal auf. Oh Mann, kann ich mit dem eigentlich? Ich müsste diese anzünden. Ah, Moment. Ich habe eine Idee. Ich habe ja hier einen Müllsack. Dust Roads. Dust Roads. Oh, lauter großes Zeug. Aber irgendwie möchte ich das nicht wegschmeißen hier. Das sind doch gute Lautsprecher. Auf jeden Fall die Räuballen. Die kommen weg. What? Oh. Ach, hier ist aber auch noch einer. Schön. Der, glaube ich, hat er aber getroffen, oder? Der hat nicht getroffen. Ah, die füllen doch den Container gleich voll hier. Diese Ballen. Habe ich hier nicht irgendwo was, wo ich die einschmeißen kann? Irgendwie zum Anzünden. Was ist denn das hier? Oh Gott, das ist irgendein Minigame. Nee, nee. Okay, okay. Weiter geht's. Oh, fast. Fast, Leute. Vielleicht brauche ich unbedingt Angestellte hier. Das dauert ja ewig. Eigentlich, nö, wenn ich jetzt die Tankstelle aufmache, dann... Ich könnte eigentlich nur die Tankstelle öffnen. Aber ich glaube, es macht jetzt weniger Sinn. So. Stelle das Lager über den Hauptbildschirm am PC wieder her. Hinweis, öffne die Hauptregisterkarte am PC und klicke auf wieder herstellen. Anscheinendlich ein Registerlager. Das ist ein Schönerladen jetzt. Gefällt mir. Kann ich den Boden auch streichen? Nee, kann ich nicht. Oh, nee. Ah, diese Holzdinger kann ich streichen. Ähm. Ah, nee, das ist das Dach. Lol. Ich habe einfach das Dach gestrichen. Das habe ich schon. Oh, Mann. Jetzt muss ich nochmal streichen. Okay. Jetzt, was geht's? Schön. Alter, da ist immer noch so ein... Die Ecken wie im Dach. In Dachfarbe. Ja. Aber es sieht ganz gemütlich aus, denke ich. So, hier noch. Da werden wir das Lager wiederherstellen. Wie viele Endforsten habe ich hier? Schön. Die Kamera kann man hier nicht drehen. Okay, okay. Weiter. So. Hey, das kann ich auch streichen. Schauen wir mal, was passiert. Okay. Schön, schön. Das Dach. Da oben ist eine Klimaanlage. Äh, Mist. Sorry. Das war ein bisschen laut. Das Rumgemotsche. So, jetzt haben wir aber alles. Schön, schick, schick. Schick, schön. Das ist aber schick, schön. Wo kommt der Reifen her? Alter, auf einmal ein random Reifen hier. Boah, der war doch gut, oder? Der war doch richtig nice. Nice. Abgeschlossen. Wiederherstellen. Was ist das hier? Ich schieße meine Aufgaben ab. Wir haben ein Lager, Leute. Sehr schön. Bestelle zusätzliche Bedrucktenprodukte zum Verkauf in der Registerkarte Lieferung am PC. Du bist knapp bei Kasse. Sei vernünftig mit deinen Ausgaben. Also, äh, Lieferung. Was haben wir? Wir haben ja einen Kraftstoffvorrat. Haben wir 200. Okay, dann Produkte. Die Preise erinnern sich jeden Tag um Mitternacht. Grüne Pfeile zeigen einen günstigen Preis an. Rot bedeutet, dass der Preis ungünstiger ist. Du machst trotzdem einen Gewinn. Aber bei günstigen Preisen ist der Gewinn einfach größer. Du kannst die Preiskurve verfolgen, indem du dir den Preisverlauf für jedes Einzelteil ansiehst. Du kannst bei jedem Unternehmen nur einen Lieferwagen zur gleichen Zeit bestellen. Denken daran, lol, denken daran, dass die Regale mit verschiedenen Marken und Produkttypen die Kunden dazu verleiten, mehr zu kaufen.